Hi, ich bin der Max und ich reise mittlerweile seit knapp drei Jahren um die Welt und habe in den letzten Videos so ein bisschen über das Thema digitaler Nomade gesprochen und wie das Leben so ist, wie das Leben so sein kann und mir kam die Frage entgegen, wie oder wo siehst du dich in 10, 20, 30 Jahren? Wie sieht deine Zukunft aus als digitaler Nomade? Was kann man sich da vorstellen? Was sind einfach meine Gedanken dazu? Ich dachte mir, ich schmeiße jetzt einfach mal die Kamera an und quatsche ein bisschen. Ich bin gerade hier auf Bali, auch dazu kommen noch Videos auf jeden Fall, ich habe ein bisschen was geplant, aber ich habe auch tatsächlich noch so viel zu tun, man denkt es immer gar nicht, als digitaler Nomade denkt man immer, ja, die chillen ja den ganzen Tag nur und so, aber auch wir müssen natürlich von irgendwas leben können und bei mir sind es ja meine Einkommensquellen wie YouTube, dass ich T-Shirts-Designs mache oder dass ich einen Etsy-Shop betreibe. Das sind so meine Sachen, wie ich aktuell meinen Lebensunterhalt bestreite und auf Bali geht das ganz gut, weil auf Bali ist es halt zum Beispiel einfach nicht ganz so teuer wie in Europa zum Beispiel. Also das Leben, Essen und das ist alles einfach ein bisschen günstiger, was natürlich cool ist, aber natürlich auf lange Sicht muss man auch schauen, okay, wie will man das mal für die Zukunft machen, will man sich was wegsparen, will man sich ja auch mal mehr gönnen, sage ich jetzt mal. Wobei, das ist halt das Schöne an Ländern oder an Orten wie zum Beispiel in Asien oder in Zentralamerika, du brauchst nicht so viel Geld, um einen coolen Lifestyle zu haben, beziehungsweise um dir mal was zu gönnen, um essen zu gehen. Das ist halt einfach anders und wenn du mit Euro verdienst oder wenn du ein Online-Business hast, das dich in Euros auszahlt, dann brauchst du auch da gar nicht so viel, um dort eigentlich gut leben zu können. Also das ist was ganz, ganz Schönes und theoretisch brauchst du dann auch nicht so viel und kannst dir mehr wegsparen für später. Und bei mir ist es so, dass ich mich zum Beispiel in zehn Jahren, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo ich mich in zehn Jahren sehe. Also das kann mehrere Wege einschlagen. Natürlich kann es sein, dass ich in drei Jahren sage oder in einem Jahr sage, okay, das digitale Nomadenleben ist nichts für mich. Es ist auch so, wenn jemand sagt, okay, ich bin digitaler Nomade, für welchen Zeitraum bist du digitaler Nomade? Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich das noch zehn Jahre mache, dass ich aber vor allem sehr, sehr langsam reisen werde und mir eine Base raussuche, wo ich vielleicht ein bisschen länger bin. Es kommt darauf an, wie das mit den Visas natürlich immer ist. Ich reise eigentlich ausschließlich mit Touristenvisas aktuell und da ist es halt auch so, dass du zum Beispiel in Mexiko kannst, du sechs Monate bleiben hier auf Bali, 30 Tage und dann kannst du nochmal um 30 Tage verlängern. Es kostet aber auch immer was und in anderen Ländern vielleicht auch nur 30 Tage, 90 Tage, je nachdem, wo du gerade bist. Ich glaube in Südafrika, in Kapstadt wären es 90 Tage und dann musst du halt wieder ausreisen. Das heißt, du bist also durch das Visum immer automatisch so ein bisschen gezwungen, so ein Nomade zu sein und immer mal wieder ein bisschen weiterzuziehen. Aber was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, dass ich eine Base habe oder vielleicht zwei, drei Bases, wo ich sage, okay, da kann ich ein bisschen rotieren, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich auch zu Hause und da einfach zwischen den Plätzen hin und her wandern. Oder zum Beispiel jetzt, wenn ich in Asien bin, dann will ich einfach Asien bereisen und jetzt zum Beispiel bin ich zwei Monate auf Bali, dann reise ich nach Thailand, da bin ich dann 30 Tage und dann geht es wieder für zwei Monate zurück nach Bali. Das ist einfach mal so ein kurzer Ausflug, sage ich jetzt mal. Es ist ja nicht weiter, es ist ja keine große Flugstrecke und dann kann man das praktisch mal machen, hat er wieder was Neues gesehen und dann geht man wieder zurück in seine Base, hat er seinen Visa-Run gemacht und lebt praktisch weiterhin auf Bali. Also so kann man das Ganze machen. Jetzt in zehn Jahren, da kann natürlich viel passieren, weil es kommt natürlich ganz darauf an, wie läuft es finanziell, wie läuft es mit dem Business, was lerne ich für Menschen kennen und wo fühle ich mich wohl. Also ich bin so ein Mensch, ich habe ganz, ganz viel Vertrauen einfach ins Leben, dass ich mich einfach mittlerweile auch ein bisschen treiben lasse, wo es mich gerade hinzieht. Also das habe ich jetzt auch gemacht mit hierher. Ich denke, so sieht es bei mir auch in zehn Jahren noch aus. Also wenn ich in zehn Jahren das Gefühl habe, okay, ich habe vielleicht eine Person gefunden, mit der ich zusammenwohnen möchte oder ich habe einen Ort gefunden, wo ich einfach da bleiben möchte, dann werde ich das Ganze realisieren. Das kann sein, dass es in zwei Jahren, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren passiert. Das weiß ich nicht, wann das passiert, aber ich denke mir, ich werde es merken, wenn es richtig ist einfach. Also ich lasse mich einfach treiben und ich denke, auch so sieht es bei mir in 20, 30 Jahren aus. Natürlich muss ich schauen, wo werde ich glücklich, was macht mich in dem Moment glücklich, welcher Lifestyle macht mich glücklich. Wie kann man das Ganze finanziell und auch für die Zukunft natürlich für die Rente etc. stemmen. Bei mir ist es so, durch das, was ich ja mein Online-Business habe, dass ich auch weitgehend passiv aufbaue. Also sowohl mein Etsy-Shop als auch mein T-Shirt-Business als auch YouTube. Jedes Video, das ich reinlade auf YouTube, ist ja gefühlt ein Leben lang online, solange es die Plattform natürlich noch gibt. Und damit verdiene ich ja trotzdem weiterhin Geld, solange die Sachen gekauft werden, solange eine Nachfrage da ist oder solange die Videos angeschaut werden. Sowas zum Beispiel. Und natürlich bin ich aber auch so, dass ich sage, ich habe noch ein bisschen was auf der Seite, das ich auch investiere. Also ich mache wirklich so natürlich eine Vorsorge. Natürlich gebe ich auch nicht alles Geld, das ich verdiene, sofort aus und bin momentan auch sehr, sehr sparsam unterwegs. Man sieht es eben nicht so, weil man nicht so viel Geld braucht in so einem Land. Also ich war gestern essen mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und Getränk und habe halt 6,40 Euro mit Trinkgeld bezahlt. Also das kannst du dir halt in Deutschland gar nicht vorstellen. Hier kannst du eine Woche gefühlt essen gehen und dafür kannst du in Deutschland zweimal essen gehen. So einfach gefühlt. Und es war jetzt auch kein mega local Essen, sondern es war schon in einem ganz normalen Restaurant. Es gab Frühlingsrollen, es gab Nudeln und es gab so ein Lava Cake. Also es ist jetzt auch nicht komplett local gewesen. Dann geht es sogar noch günstiger. Aber nochmal zu dem Thema, wo sehe ich mich in ein paar Jahren. Ich denke, dass ich mein Business weiter aufbauen möchte. Ich will auf jeden Fall ortsunabhängig bleiben. Egal, das ist ja das Schöne. Ich kann ja ortsunabhängig sein und trotzdem an einem Ort sein. Aber ich kann sagen, okay, in einer gewissen Zeit kann ich auch wieder weggehen, wenn ich weggehen möchte. Aber ich bin nicht abhängig von einem Ort. Deswegen also auf jeden Fall mein Business weiter aufbauen in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Das ist einfach weiter wachen, was mir Spaß macht. Auch auf neue Sachen, wo ich sage, hey, das sind neue Projekte, die auf mich zukommen. Da habe ich Bock drauf, das will ich ausbauen. Da freue ich mich einfach richtig drauf, dass ich auch einfach frei entscheiden kann, was möchte ich denn machen. Und ja, wo will ich weiter mit drin sein und was will ich weiterhin machen. Natürlich auch was wegsparen und was ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ich mir schon irgendwann mal, vielleicht irgendwo im Ausland auch eine Immobilie suche, die man eventuell dann vermieten kann, wo man selber drin wohnen kann etc. oder sowas stelle ich mir auch auf jeden Fall innerhalb der nächsten, ich sage mal 5 bis 10 Jahre will ich da schon zumindest mal eins haben, wo ich sage, okay, da ist da auch was Festes, was Handfestes da, wo ich entweder natürlich Wertsteigerung habe, wo ich natürlich auch eventuell Mieteinnahmen habe oder auch selber drin wohnen kann, um dann keine Ahnung wiederzuzahlen. Also das wäre natürlich schon was und natürlich, wo sehe ich mich in 20, 10, 20 Jahren natürlich vielleicht auch nicht alleine, vielleicht finde ich jemanden, wo es einfach passt, da diesen Lifestyle zu führen. Das wäre natürlich schon auch cool, weil momentan reise ich ja alleine rum und treffe hier und da immer wieder Menschen und Leute, die mich krass inspirieren und ja, wo man einfach krass in den Austausch kommt, die das selbe Mindset einfach haben. Und da jemanden zu finden, der an meiner Seite ist, das fände ich tatsächlich auch richtig schön, aber ja, das kommt auch so wie es kommt, so wie es kommen soll und ich bleibe da einfach offen dafür. Und ich muss sagen, ich schließe tatsächlich auch nichts aus, also ich kann mir zwar jetzt aktuell nicht vorstellen, dass ich in 10 Jahren in Deutschland lebe und in Deutschland ein Haus habe und in Deutschland happy bin, das kann ich mir aktuell nicht vorstellen, aber das kann sich natürlich auch ändern. Ich stelle mir tatsächlich, was ich mir vorstelle, ist halt schon so ein Haus oder so, ja, ein Bungalow, je nachdem, irgendwo in einem Land, wo Pirates sind, wo Meer in der Nähe ist, wo hat vielleicht sogar Meerblick. Also das sind schon so Traumvorstellungen und ja, ich mache einfach das, was mir Spaß macht und ich bin ja einfach happy und glücklich und gesund. So, das ist so das, wie ich es mir vorstelle und darauf will ich einfach jeden Tag hinarbeiten und deswegen mache ich auch diese Sachen, die ich jetzt einfach auch im Hintergrund viel mache. Ich meine, ich mache mein Instagram, ich mache mein YouTube, aber ich mache eben auch Sachen im Hintergrund, die natürlich auch mit Investment und Sachen, ich kann euch mal ein Video verlinken, was ich so mache, um passiv Geld zu verdienen. Zum Beispiel habe ich auf meinem neuen YouTube-Kanal was gemacht, auch der, das macht mir mega viel Spaß, da über das Thema Finanz und Online-Business zu reden. Das ist einfach, was mich auch mega interessiert und ich hätte es schon viel früher machen sollen, weil ich habe da natürlich auch schon lange, lange mit dem Gedanken gespielt, dann einen eigenen Kanal zu machen. Und ich hatte ja auch hier auf diesem Kanal schon ein paar Videos zum Thema Online-Geld verdienen und so, weil es mich einfach immer interessiert hat. Und das ist jetzt gerade so ein neues Baby, wo ich ja gerade hochziehe und wo mir hoffentlich irgendwann mal auch ein bisschen Einkommen abwirft. Aber ja, so denke ich, dass ich einfach weitermache die nächsten 10, 20, 30 Jahre, so lange, bis ich einfach merke, okay, ich habe was gefunden, wo ich mich so richtig hundertprozentig angekommen fühle. Und ich bin glücklich an dem Ort oder an den Orten, wo ich mich glücklich fühle. Also ich habe da wirklich auch keine Ängste, dass ich sage, boah, keine Ahnung, irgendwann wird mir das alles zu viel. Weil ich wirklich, solange mein Online-Business einigermaßen läuft, die Freiheit habe eigentlich so gut wie überall zu leben, wo ich einfach gerade Lust habe. Und wenn ich sage, okay, ich habe Lust auf Europa, dann gehe ich halt nach Europa. Klar, dafür muss natürlich auch das Geld immer stimmen und deswegen ist Asien oder Zentralamerika gerade einfach ein bisschen einfacher. Aber ich bin ja dran, dass es auch alles noch weiter nach oben geht. Und ja, somit habe ich auch keine Ängste gerade einfach und ich lasse mich treiben und es ist sehr, sehr schön, sich treiben zu lassen. Und ich bin auch super dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mich treiben zu lassen, dass es die Möglichkeit heutzutage gibt, mit YouTube-Videos Geld zu verdienen. Dass es die Möglichkeit gibt, mit Online-Produkten Geld zu verdienen, wo ich Leute noch happy machen kann, auch noch. Also es ist einfach cool und ja, ich würde sagen, damit kann ich das Video auch gut abschließen. Ihr dürft mir gerne mal eure Meinung, eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht es gut, ciao.